Hallo und herzlich willkommen bei Bloons Tower Defense 6 mit dem neuen Helm Etienne. Wir haben die Map Ende der Straße und wollen einfach mal probieren, nur mit Etienne und ein, zwei kleinen Affen zusätzlich diese Map bis auf Level 40 zu schaffen. Ein gerades Wurffallaffen wurde aufgestellt. Jetzt kommt die erste Bananenplantage hinzu, weil wir brauchen Geld, damit Etienne fleißig gelevelt werden kann, weil er sonst aller eine das Level 40 nicht schafft. Wie ihr seht, gab es ein, zwei Verbesserungen in der Bananenplantage, also immer nach oben leveln, die Bananenplantage auf 2, 3, 0 bringen. Jetzt ist es auf 2, 3, 0. So, das nächste, worauf gespart werden muss, ist der Alchimist Etienne natürlich verbessern, wann immer es geht. Jetzt hier aktuell wird einmal verbessert. Ist notwendig und trotzdem muss der Alchemist kommen, da kommt er. Er wird gesetzt, damit der Wurffallaffe dann auch die Bleibloons zerstören kann, weil das kann Etienne nicht. Und da haben wir wieder verbessert. Gleich wird Etienne, denke ich, nochmal verbessert, weil das Geld sieht gut aus. Ich hoffe, wir haben es gleich zusammen. Eben wurden die Bleibloons zerstört, wie man sehen konnte. Und Etienne nochmal verbessert. So, da ist die Bank. Wir sammeln das Geld ein. Können Etienne wieder verbessern. Und Etienne nochmal verbessert auf Runde 35. Also immer sparen, 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 Geld einsammeln. Letztendlich die Bank verkaufen und Etienne nochmal verbessern, damit wir auch die nächste Fähigkeit bekommen. Denn diese ist wichtig, um wirklich dann auch zum Schluss Level 40 zu schaffen. Und da geht es schon los. Der Mob kommt, ist zerstört, es wird wie verrückt draufgeballert. Und Level 40 ist geschafft. Oder Runde 40. Und das war's. Ich danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Ein Abo wäre noch besser. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.